warum ist das so aggressiv? mario, warum schlägst du den ball oder was? 90% der brille sitzen vor dem bildschirm bedienen controller ich kann da nichts für. es kam so mega affig random. nein! weißt du was Yoshi? das ist in ordnung. sei einfach tot. ich bin so sauer. ich kotze im strahl. du musst das mit dem control stick, weil ich das nicht mit dem steuerkreuz haben wollte. fand ich schrecklich. na? kina ist nicht nachmachen. so was macht spielsächtig. das hat mich denn jetzt schon wieder getroffen. mein sternchen und herzchen ojo cute. ja, liebt mich. i don't care. ich will nur dieses hier. gib mir die sonne. jawoll, easy. zack. first try. jawoll, kürbisse. 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 muss ich die wieder gießen? das ist wenn ich die eigentlich nicht gießen. ist das dann scheiße, gell? wahrscheinlich gibt es dann weniger kürbisse. 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 ach so, stimmt. meine... bye, bye. hektar spinne. lalalalalala. du siehst mich nicht. ha. wie ein ninja. so. und das hat mir nichts gebracht. vielleicht. naja, vielleicht auch nicht. aber vielleicht hätte ich auch eher vor dieses ding hier hoch gehen müssen, ne? wiii. ah guck mal, da ist sogar ein leben. was ist das für eine scheiße? ha ha ha. human truth. ich komm noch nicht drauf. wow. ha ha ha. ah, das fängt gut. okay, ich muss den controller anders halten. unterschiede, keine ahnung. ich habe immer glück. wenn glück zur gewohnheit wird, äh, nennt man es skill. der raum, den ich schon 23 mal gesehen habe. also, ich muss raus hier. guck mal her. kann ich die killen damit? die. oh, ich schaff das nicht. oh, ich hätte das schaffen können, indem ich die Ratchet einfach abgenommen hätte. no! was war das denn für... was war das? wie kam die denn da... als... hh. 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 Willst du die nicht mehr löschen? Na, ist ein Fein. Heute ist gut, ist schon warm. Wie war das mit nicht auffallen? Kannst du nicht Fremde beleidigen? Es tut mir leid. Uh, Blue Shed. Aber ich bin gewappnet. Nein, ich war zu blöd dafür. Ich war doch nicht gewappnet. Oh Mann! Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das Havario gewesen wäre. So nach dem Motto Payback Time. Aber war er nicht. Von daher war das nicht so lustig.